3, 2, 1, los! 3, 2, 1, los! 3, 2, los! 3, 2, los! 3, 2, 1, los! 3, 2, 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 los! Oh, ich hab's noch mal wieder. Alright, weiter geht's. Ich schnau mal viel. Hier. Ja, ich schnau. Halt. Schlaaale Nimm Hattemon Hattemon Oh ja, hier sind wir Sastralia Weißing Wenn es auf die Plattform geht, dann denkt man direkt immer an diese Void-mäßigen Kombos Die kann Scaddy auf jeden Fall ganz gut Bauter Fisch Bauter Fisch Ja, zu scary Ja, zu scary Scary Oh Oh Oh, und er Fisch attempt Ah Was wird gut aus, hier zieht ihn Ich werde darauf genau sagen, dass er es noch bald wird Jetzt Boah Er wollte echt ein nice Smash machen, glaube ich Aber es geht Okay Okay Ist nach oben jetzt Versuchts mal wieder mit der Dare, die Two-Frame zu bekommen Oh, und hier Tipper Backend A sweet spot Backend Oh 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 Schön Drum Versuchts nochmal Oh Fair Es müsste weichen genauer Oh 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 Okay, jetzt kann er erstmal schön wieder chic bei den Battle Combos machen Bei uns Bei uns die Fische slumpen Oh Muss da echt vorsichtig sein inzwischen 67 ist das noch nicht so schlimm Aber Die Smash können schon reichen Oh Oh Echt Smash Oh Er hat ihn erwischt Oh Oh Er hat ihn erwischt Ok Okay, da hatte Beißel direkt Angst. Okay, 3-1 für Skatty. Und er ist wieder Salty. Salty.